Einen wunderschönen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Calvin and the Infamous Machine. Wir sind hier gerade im 16. Jahrhundert angekommen, also in der letzten Folge. Und ja, wir müssen uns erstmal noch umgucken. Ich gucke mal kurz mal hier. Oh, nur der Einwurfkasten, okay? Dieses Buch-Return ist voll von Mail. Ich glaube, der Postman hat sich verwirrt. Gut, dann her damit. Ich nehme nur ein paar Letzte. Sie werden wohl nicht auf ihre Bestimmung erreichen. Wow. Wollen wir auch nicht. Schauen wir uns mal an. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas ganz superbesonderes. So, was haben wir hier hinten? Wir haben hier einmal Tower 5 Cent. Wir haben keine Kohle. Experience the breathtaking views of the historic Reginald Skeffington Memorial Tower. Skeffington accidently commissioned this tower in 1612 when he thought a tower was the same thing as a bowling alley. Under reparation. It's locked up tight. Aha. Das ist versperrt. Da geht's zur Wiese. Da gehen wir noch hinten nicht hin. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's zur Bibliothek. Seitenstraße. Golfer. Okay. Ich liebe Minigolf. Kann ich spielen? Was ist Minigolf? Ich spiele Lupinball. Ach. Natürlich bist du. Ich habe gerade in die Stadt gekommen. Sind es touristische Dinge, die hier vor Ort machen? Die Tower neben der Chapel hat eine ziemlich gute Sicht. Es ist zu. Was soll ich denn mit dem Bogenschießton hier? Was weiß ich über Isaac Newton? Der kranker Professor? Der Mann hat Musik. Er hat es? Ja. Das eine Mal, ein Student hat eine Lütung in die Klasse gebracht. Newton hat es über eine Karte gebrochen, während er etwas über die gleiche und andere Reaktionen schreitet. Jeepers. Hier ist die Vertefelung. Die war sehr auffällig gerade eben. Oh. Ja, ein paar Briefe rein. Achso, nicht ziehen, sondern klicken. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber sie haben es mit ein U-U-U. Oh. Okay, wir müssen irgendwas machen. Okay. Animatronischer Lupin. Lupin. Er hat einen Mini-Golf? Das ist es. Jetzt ist er zu weit. Das ist doch ein nervöser Golfer. Ob der da trifft. Das ist... Das ist... Mist. Äh... Vor allem... Die Flügel, die stören ja nicht mal das Eingangsloch, ne? Hier hinten geht es nicht weiter. Okay. Oh, doch. Oh, ich... Doch, es geht weiter. Oh, verdammt. Das ist ja riesig hier. Der gewinnt hier. Robin Hood. Ihr habt Robin Fall gespalten. Genau. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Wir haben hier nur Robin Hood. Okay. Ich mach mal F. Wir haben hier nur Robin Hood. Äh. Wow. Du siehst sehr... Äh... Green. Aber natürlich. Wissen Sie, wer ich bin? Äh... Green... Guy? Nein. Captain Vegetables. Was? Ich bin Robin Hood, du Dope! Okay. Ich habe immer gedacht, Robin Hood war ein bisschen mehr muskulär. Und seine Posture war ein bisschen besser. Und seine Augen sehend war die gleiche Weise. Und er war nicht mit einem großen, grünen Diaper. Äh... Das sind Compression Shorts? Ach so, ach so, ach so, ach so, ja. Also, ist das ein Tournament oder so? Obviamente. Ich werde mich mit diesen Schrauben verhören. Wann beginnt? Wenn jemand das stupide Hörn schlägt. Der Referee war hier über eine Stunde vorhin. Okay. Wo ist der? Also, ist das ein Tournament? Ach so, okay, okay, okay. Äh, ähm... Ach so. Okay. Oh, der ist aber sehr selbstsicher. I'm a lumberjack and I'm okay. Oh, gliedende Kohlen, die kann man mitnehmen. Looks like there's one coal down there, that isn't super hot. Just a boring chunk of coal. Okay, können wir dem Hund geben, oder? Kabir. Fass. I don't think that will work. Okay. Äh, Holzfäller. Hey, a real life lumberjack. Keep it down, Beampo. I'm in the zone. Oh, sorry. Can I borrow one of your tools? I guess I'm cool with it, if Brian H. Jensen is. Who's Brian H. Jensen? Der Hund? Genau, der. Ah, got it. You named your dog Brian H. Jensen? Isn't that a little formal? A noble dog deserves a noble name. Fair enough. What does the H stand for? Hund. Oh. Wow, you're really taking it, that log. Gotta show these other trees, who's in charge. Otherwise they walk all over you. Oh, yeah, it's schlimm, it's schlimm. That's, uh, huh. That's schlimm, wenn die echt, uh, alles machen und tun, ne? Was sie wollen. Also, komm, los, zeig, zeig's. Could I hire you to cut some wood for me? This lumberjack, Jack's lumber for one man, himself. Not even as a favor for your dear friend Kelvin. Sorry, kid. I have one friend and he's too busy being a dog, ask me for any favors. Okay. Das heißt, könnten wir ihn vielleicht, äh, sprechen lassen? Gänse, Füße, nur so aller Bauch. Oh, da geht's ja noch weiter. Ein Zaun. Okay, wir haben kein Dübel, okay. Haben wir noch irgendwas? Hund, Wiese, Dings. Oh, was ist das? Holzspäne. Wer war mit? Nein. Oh. Okay, wir haben jetzt Holzspäne. Keine Ahnung, was wir mit Kohle, Holzspäne und Briefen machen. Warte mal, Holzspäne können wir vielleicht, oh, warte mal, oder? Ein Stück Kohle? Ah, war ein Versuch wert. War auch ein Versuch wert. Ab in die Seitenstraße. Knierohr. Ach, das ist das hier unten. Lass mich raten, ich muss das hier verbinden, damit die Musik von hier drüben rüber geht. Ja, es ist ja Musik, ne? Ohohoho, da gibt's gleich Beef. Das glaube ich auch, dass sie sehr weit davon entfernt sind. Maybe you should all take a lesson or something. Too much work. If we just stand here playing the song over and over and over again, eventually it will sound right. Assuming Douglas gets his act together for like one second. Don't start with me, T-Zo. Vor allem Jochen, ja, ja, ich glaube, das ist Jochen. Der hat einen sehr deutschen Akzent, ne? I'm sure everybody in the library would love to hear this. Sorry, friend. No requests. Unless you request that we play the exact same song at the exact same volume forever. In which case, you got it. Okay. Okay, okay, okay. Oh, ein Teehändler. Oh, ist ja super. Warte, das geht hier noch weiter? Ne, ne? Okay. Hier ist... Oh, ein Trichter. Hmm, kann man da was reinpacken? Keine Ahnung. Okay. Und zusammen geht das auch nicht, ne? Okay. Teehändler. Hat der irgendwas? Nö, nur Teehändler. Okay. Los geht's. Hoi, Teehändler. Ähm, ähm, ähm... Ehh, secret, my friend. Äh, äh, äh... Was ist diese verrückte Maschine hinter dir? Es heißt ein Gronkh. Äh, was ist das denn? Was? 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 So, how does the Gronkh work? I couldn't rightly tell you. The manuals in German. It's a bit finicky about what you put in it, though. I left a few twigs in the last batch and nearly blew the whole thing to pieces. What? Are you sure that thing's even meant for making tea? No, sir. Okay, was auch immer Gronkh hier drin zu suchen hat. War da ein Kickstarter? Ich glaube, ich muss mal zwischendurch mal gucken, ob es da einen Kickstarter gab. Okay, sicher. Halt mich. Das ist der Spirit. Oh! Oh, dear God! Ich weiß ja nicht. Ich glaube, hier müssen wir irgendwas reinfüllen. Aber dass das hier Gronkh... Ja, schön. Schön. So, hier braucht man ein Teestück oder was auch immer, ne? Eine Kupplung. Hier geht's zum Dorf. Hier ist die Bibliothek. Oh, das ist ein Horn. Super! Wir haben ein Horn. Mario Zeckner's Ten Easy Steps for looking almost as handsome as Mario Zeckner. By Mario Zeckner. Mario Zeckner's Ten Easy... Oh, okay. Ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Wer auch immer Mario Zeckner ist, ne? Running from my past and also wolves. The George Timmick Story. Running from my... Ja, hatte ich auch nicht erwartet. Okay. Are you in charge here? As much as any librarian can claim to be in charge of such magnificent tomes of truth. Um, okay. How might I assist you, fellow knowledge seeker? Um, das da. What do you know about that Newton dude? That Newton dude happens to be one of England's great mathematical minds. Neat. What's he been working on? He claimed to be nearing a breakthrough regarding some fundament of nature. Recently, however, he stopped working entirely to read those silly Larry Plotter novels. Larry Plotter novels? Some nonsense about a magical child and his embarrassing dating life. The books appeared here just last week, addressed to Professor Newton. He hasn't put them down since. Well, that's suspicious. Ja, das ist sehr verdächtig. Got any book recommendations? You absolutely must read The Stabening by Denise De Niro. A young noble woman inherits a decorative letter opener from a distant relative. But it's cursed and it forces her to stab people with it? Wow. But no, but that would be much better. No, but it's cursed. Wow. Aber da heißt doch Der Rechner Stecher. Neat Magnet. Very. It is this library's most prized non-book object. As rare as it is powerful. I spend most of my time staring directly at it. Fun. Okay. Onward. Toward Enlightenment. Das sieht so Irish-Caitish aus, ja? Die Schriftart hier. Please do not touch the magnet. Unless you have a scholarly reason to do so. Ich hab ja einen Grund. Oh, hier eine Statue. Oh, come on! Now he gets a wooden statue? I agree. It is a bit underwhelming. A genius like Lupin deserves the finest marble. Not to mention his left hand has been loose for ages. Oh, come on! I agree. A genius like... Okay, ist locker. Ist locker. I don't think that will work. Es war nur ein... Oh, ach da. Newton, altes Haus. Okay. 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 J.K. Lupin, ist klar. Der hat sich ja überall rein verfrachtet, der Typ. Are you Isaac Newton? Yes. I've come here to help you. Help me with what? You know the thing you need help with. Science, maybe? If you authentically wish to help me, you can stop by leaving me alone. You don't understand. I'm from the future. Whatever you were working on before you started reading these books is critical to the fate of the entire universe. Dear God. You're quoting a part I haven't gotten to yet, aren't you? No, I'm telling you... La, 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 stop ruining stuff, la, 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 la. How many of those Larry Plotter books do you have left to read? 46. Are you serious? I'll take forever. I am perfectly aware that I'm behind. No need to rub it in. Der hat nur vier und hat noch vier... Oh. Can I fill your wig? What? Absolutely not. Please. It looks like a big, poofy sheep. I say yes. You swear never to disturb me again? Yes. Wait. No. Kind of? Oh. Get high assed. I'll let you get back to it. How exceedingly generous. Oh my God. Ähm. Wir probieren erstmal die Kleinigkeiten, die wir jetzt haben hier aus, ne? Also wir haben einmal... War hier was? Ja, ja, ja. Hier, wir haben einmal das Rohr. Gut. It's the end of the pipe. Any chance I could get you guys to play a little louder? I'm sure everybody in the library would love to hear this. Sorry, friend. No requests. Unless you request that we play the exact same song at the exact same volume forever. In which case, you got it. Hmm. Sorry, buddy. We're at Rio and we're staying at Rio. Scheibengleister. That does not need a hand. Aha, das ist keine helfende Hand. Okay. Okay. I'm not sure how those go together. Hmm, da kommt bestimmt noch was zusammen. So, mal gucken. Die Maschine mit dem Trichter. Warte mal, helfende Hand vielleicht. Oh, komm. Das does not need a hand. Mhm. Das Horn auch nicht. Dann habe ich ein Funnel, aber kein Horn. Something sagt mir, ich werde beide. Okay. Okay. Okay, das ist es auch nicht. So, hier, Horn. Achtung! Okay. Na toll. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Äh, okay. Ich vergaß, dass wir hier hinten ja noch eine Ecke haben. Lass uns mal schnell angucken, ne? Da, eine Wiese. Wir nehmen erst mal den Pfeil mit. Äh, okay. Sei Peter. Woah, get your own. This stuff is pricey. Okay, ein Stein. Perfect rock for having a good sit. That is, if it weren't under a terrifying apple tree. Isaac Newton, ne? I'm not sure how those go together. Okay, dann, äh, ich probier einfach mal. No, I'd rather not. That does not need a hand. Ah, come, wir quatschen mit ihm, gingen. What are you growing? Big, juicy tomatoes. Yum. Oh, I don't eat them. I chuck them at comedians, I hope. You're spending months growing vegetables, just to throw them at comedians? Technically, they're fruit. Okay, gut zu wissen. Schießpulver. Okay, 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 okay. Schießpulver. Und die Heutschspäne zusammen. Okay. Hier ist doch der Baum. Okay. Warum nicht? Briefkasten. It's Newtons Mailbox. Ach, doch komm, ja. Briefe haben wir auch. It's Newtons Mailbox. Now crammed with a bunch of random mail. It's locked. Geht's hier weiter? Nein, nein. Okay. Das ist ein zweifach Tor. It's locked. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin. Euer Firefox. Ja, ich würde sagen, wir machen hier ein paar Mal. Vielen Dank.